Wir haben ganz viele Kennwerte und einige Darstellungen für Intervalldaten kennengelernt. Die wichtigsten davon, das war das Fehlerbalkendiagramm und natürlich auch bei den numerischen Kennwerten der Mittelwert, die Varianz und die Standardabweichung. Die grafische Beschreibung zweier Intervallskalierter Variablen, die leisten wir über den Scatterplot. Angenommen, wir haben n gleich 100 Personen. Und an diesen n gleich 100 Personen messen wir zunächst die Variable IQ, nennen wir sie mal x. Die Punkte hier oben in diesem Diagramm, das sind nun unsere Merkmalsträger. Dieser eine Punkt hier rechts, das ist also ein Merkmalsträger. Wir können nun eine zweite Variable beobachten und zwar ebenfalls an diesen n gleich 100 Personen. Das wäre in unserem Fall die Nervenleitgeschwindigkeit. Auch hier repräsentiert jeder einzelne Punkt genau einen unserer 100 Merkmalsträger. Die Datentabelle, die wir hier also erheben würden, sähe ungefähr so aus. Wir hätten unsere Variable IQ und zusätzlich hätten wir unsere Variable Nervenleitgeschwindigkeit, ich nenne sie mal NLG. Zusätzlich hätten wir Merkmalsträger mit einer laufenden Nummer, sagen wir 1, 2, 3 und so weiter, bis schließlich zu N Merkmalsträgern. Für jeden dieser Merkmalsträger messen wir nun einen IQ-Wert und einen Wert bei der Nervenleitgeschwindigkeit. Für den zweiten Merkmalsträger ganz genau so. Und so weiter. Jeder dieser Merkmalsträger ist also über ein Messwertpaar gekennzeichnet. Ein solches Messwertpaar ist XI, YI. Das I markiert hier den Merkmalsträger. Das könnte zum Beispiel I gleich 2 sein. Dann wäre das unsere Person 2. XI stünde dann für den Wert 80, YI für den Wert 14,2. Das Messwertpaar für jeden Merkmalsträger können wir in einem Koordinatensystem verankern. Unseren Merkmalsträger 2 würden wir also finden, indem wir 80 auf der X-Achse und 14,2 auf der Y-Achse suchen und unseren Merkmalsträger dann genau hier eintragen. Dieser Punkt hier, das wäre also das Messwertpaar unseres zweiten Merkmalsträgers, also X2, Y2. Das könnten wir für jeden unserer anderen Merkmalsträger ebenfalls machen und hätten am Ende 100 von solchen Punkten in das Koordinatensystem eingetragen. Wie könnten die Punkte, die dabei herauskommen, nun gelagert sein? Das Ganze könnte so aussehen. Wir sehen hier, dass Merkmalsträger mit eher höheren Werten auf dem IQ auch eher höhere Werte auf der Nervenleitgeschwindigkeit erzielen. Es gibt kaum einen Merkmalsträger mit relativ hohem IQ, also vielleicht in diesem Bereich, der eine relativ niedrige Nervenleitgeschwindigkeit aufweist. Genauso wenig gibt es Merkmalsträger mit einem niedrigen IQ, also in diesem Bereich hier, der eine eher hohe Nervenleitgeschwindigkeit aufweist. Das gesamte Ding, das wir hier sehen, das bezeichnen wir auch als Punktwolke. Und wir merken uns, dass jeder der Punkte in unserer Punktwolke nichts anderes ist, als ein Merkmalsträger, für den wir beide seiner gemessenen Werte gemeinsam als Punkt in das Koordinatensystem eingetragen haben. Hätte diese Punktwolke nun genau so aussehen müssen, hätte also aus unserer Häufigkeitsverteilung von IQ-Werten und unserer Häufigkeitsverteilung der Werte der Nervenleitgeschwindigkeit zwangsläufig genau diese Form der Punktwolke entstehen müssen. Natürlich nicht. Das Ganze hätte auch so aussehen können. Wir vergleichen kurz die Histogramme, die wir unten und rechts angezeigt haben. Die Histogramme verändern sich nicht. Sie stellen also die exakt selbe Datensituation dar. Nur haben wir in einem Falle einen relativ systematischen Zusammenhang zwischen dem IQ-Wert und der Nervenleitgeschwindigkeit. Im anderen Falle existiert dieser Zusammenhang nicht. Es gibt eine ganze Reihe von Personen mit eher hohen Werten des IQ und ebenso hohen Werten der Nervenleitgeschwindigkeit. Genauso aber gibt es eine ganze Reihe von Personen mit niedrigem IQ aber trotzdem hoher Nervenleitgeschwindigkeit. Und auch die beiden anderen Kombinationen, also niedriger IQ, niedrige Nervenleitgeschwindigkeit und hoher IQ, niedrige Nervenleitgeschwindigkeit finden sich in durchaus substanzieller Anzahl wieder. Betrachten wir alleine die Häufigkeitsverteilung von Werten auf der x- und auf der y-Achse, unterscheiden sich diese beiden Situationen in keiner Weise voneinander. Worin sie sich unterscheiden ist, wie die einzelnen Merkmalsträger sich in ihrer Kombination dieser Datenwerte zueinander verhalten. Und genau das sieht man am Scatterplot sehr schön. Der Scatterplot ist also eine wunderbare Darstellungsmöglichkeit, die uns erlaubt, auf den ersten Blick zu erkennen, ob Daten einen Zusammenhang haben oder ob ein solcher Zusammenhang eher nicht vorhanden ist. Und das sieht man am Schatterplot. Und das sieht man am Schatterplot.